Mein erster Eindruck ist ganz gut. Ich habe auch ganz nette Leute getroffen und ich weiß, was für ein großes Verein Bayern ist. Ich bin auf jeden Fall stolz, aber auch ganz motiviert, um jetzt anzufangen. Für mich kann die Saison auch heute anfangen. Das klingt gut. Und eine Frage noch, Arne. Wie wollen Sie sicherstellen, dass... Ich glaube, als Trainer muss man sicherstellen, wer man als Person ist. Meine Persönlichkeit ist, ich habe auf den Straßen der Brüssel gespielt. Ich habe Fußball auf den Straßen gespielt. Ich war in der Akademie von Anderlecht, wo man von 6 bis 20 Jahre alt ist. Man muss alles gewinnen. Man muss das beste Team sein. Der Trainer in Anderlecht verfolgt. Ich glaube, der Meister ist leider zur Doku. Und so, I want the players of Bayern Munich to be brave, really brave on the ball, to have personality on the ball. Die Idee ist, denn ein junger Trainer braucht ja auch da nicht Rückhalt. Ich will die auch überzogen auf den Platz, mit der Mannschaft, mit meiner Arbeit, mit was ich mache. Und deswegen ist es gut für mich, dass sie am Anfang positiv sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie auch mit meiner Arbeit ganz zufrieden sein werden. Ein Top-Club ist das Umgebung, das man jeden Tag kreiert. Das Arbeit, das man mit den Spielern macht, das Arbeit, das man mit den Staffen macht. Das ist die Mentalität, die du an deinen Job hast. In guten Zeiten, in guten Zeiten. Das ist das, was für mich auf einem Top-Level definiert. So, to be here, and that's why I said it before, feels already like home. If I'm honest, I feel that I'm in a place where I can continue this idea. Being a coach, it consumes every minute of every day. So, whilst I was being a coach, whilst I was doing my job, I didn't have any time to think about anything else, you know. Doing my job, for me, I love it. It's work, but it's not work, you know. It's also, for me, I don't have a real lifestyle outside of this. My lifestyle is this job that I love, and I'm all in. So, yeah, it can't come soon enough. Max Eberl und Christoph Freund haben die letzten Wochen akribisch und unaufhörlich an der Personalie Trainer gearbeitet, um diesen einen Trainer zu finden, der mit uns neue Ideen entwickelt, der den FC Bayern zu erfolgen führt. Wenn Sie so wollen, ist der Vincent Kompany der eine für alle. Der Statistische Bundestag, der Jahrhundert hat mich終わり zu verletzen, So, das ist vor allem so. Wo würde ich es nennen? Herzlichen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020